So, wie ihr seht, Barbossa kann es einfach nicht sein lassen. Erstmal an der Stelle vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, was du jetzt raushören kannst, weil gefühlt habe ich, glaube ich, alles. Ich sage ja, heute ist zwar der Shop so voll mit Emotes, die ich auch gerade jetzt für euch alle hochladen wollte, damit die halt für immer auf meinem Kanal abrufbar sind, aber ich habe keine Ahnung, was drin ist. Auf jeden Fall, denkt dran, oben rechts, Infobox, gerne ein Abo dalassen, auch mal da ein Dankeschön sagen. Vergesst nicht, das Video zu liken, bitte, auch das unterstützt mich. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal rein, eins, zwei, drei. Die Pick-Eck, lol, die ist nicht mehr schlecht. Die ist nice. Die habe ich gar nicht wahrgenommen, ich sage ja, ihr dürft nicht vergessen, morgens bin ich immer total müde. Das sind immer kurze Reaktionen, fragt mich, was jetzt im Shop ist. Ich kann euch nur sagen, TikTok-Emotes und der Major. Ansonsten könnte ich jetzt keinen Skin sagen, echt nicht. So, auf jeden Fall war Bossab, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, man sieht sich nachher im Livestream. Wie gesagt, mein Sohn hat Geburtstag, deshalb heute ein bisschen, später eventuell alles. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Und es wäre nett, wenn ihr das ein oder andere Remote, was ich gleich hochlade, euch gönnt. Like da lassen. Und in dem Sinne, haut herein. Wenn du durch die24 variavier, tätigrit ist. Du laut. Naave. Du laut. Bauch.